Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Da sind wir mal wieder. Matze und ich. Wir sind wieder unterwegs. Ich brauche noch ein bisschen frisches Obst und Gemüse fürs Wochenende. Wir haben noch Tierfutter gebraucht und haben uns jetzt einfach mal fertig gemacht. Da dachte ich, da fühle mich noch ein bisschen. Und der liebe Furschenlurch kam auf die Idee, dass wir ja mal Rollen tauschen könnten. Matze ist schon am Grinsen. Also Rollentausch bei uns geht nicht. Das funktioniert nicht so wirklich. Die Matze ist eher der ruhige und ich bin so der aufgedrehte Part von uns und die Lava Backe. Und deswegen kann ich die Vlogs führen und Matze sitzt dann da und grinst oder kommentiert. Wenn ich das Ganze machen würde, dann wäre das wie ein Aquarium. Stumm. Schön vielleicht, aber stumm. Nein. Nein. Ich fand das cool. Und ja, so ich als Navi. Fuschi. Ich weiß. Dann kommen wir nie dahin, wo wir hinwollen. Na danke. Oh Gott, ist das herrlich. Nein. Also vertauschte Rollen geht bei uns leider nicht. Aber gut. Es ist auch so interessant, oder? Also manchmal zumindest. Ja, zum Tee, die müssen wir auch noch. Ich habe auf Facebook in einer tollen Gruppe beim Osterwichteln mitgemacht. Und habe meinem Wichtel schöne Sachen besorgt. Muss ich noch eine Kleinigkeit, beziehungsweise will ich noch eine Kleinigkeit dabei tun. Und schön einpacken. Zudem ist Matze morgen weg, beim Geburtstag von seiner Mama. Und die Geschenke möchten wir auch noch schön einpacken. Ich muss morgen arbeiten. Ja. Heute möchte ich noch eine frische Kurkuma-Paste zubereiten. Und Sport. Ich habe Muskelkater, Leute. Ich habe Sport gemacht. Das blende ich euch gleich auch noch ein. Und habe Vollmuskelkater. Das mache ich jetzt auch wieder regelmäßig. So langsam bekomme ich das mit meinem Zeitmanagement auch hin. Ja. Vorgestern Sport und Bauchmuskeltraining. Gestern war ich dann so mutig und habe nochmal Bauchmuskeltraining gemacht. Und heute kann ich noch nicht mal anständig lachen, ohne dass es wehtut. Hm. Selbst schuld. Man sollte ja auch nur zwei, dreimal die Woche Bauchmuskeltraining machen. Siehst du, hier laufen sie auch rum. Bei uns im Westerwald ist momentan Aktion Sauberer Westerwald. Finde ich eine super geniale Aktion. Hier wird gerade überall Müll aufgesammelt. Finde ich cool. Top. Also Daumen hoch dafür. Würde ich auch gerne filmen. Aber das darf ich ja nicht. Ich kann ja nicht einfach die Leute filmen, die hier rumlaufen und den Müll aufsammeln. Auf jeden Fall ist es eine coole Idee. Aber Müll darfst du so auf jeden Fall nicht. Falls man das jetzt sehen konnte. Das war jetzt so eine kleine, kleine, so ein Zwischenstopp, Zwischenstopp von den Müllsammlern, ja. Und ja, wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Haben heute viel. Ja, so viel auch nicht. Aber ich habe viel vor. Mit Kurkuma und Sport und Essen und dies und das und überhaupt. Aber ich habe heute frei, ne. Also, welche müsste ich auch noch waschen. Gestern vom freien Tag habe ich eigentlich nicht viel mitgekriegt. Huschweg war die Sonne. Und wir lagen schon wieder im Bett. Matze ist auch hier nur am Gähnen, ey. Nur am Gähnen. Ich langweile dich zu Tode. Kann das sein? Nein, ich bin von Beruf müde. Ich zeige euch eventuell gleich, wie ich die Kurkuma-Paste zubereite. Letztens habe ich sie in der Kurkformie gemacht. Aber ich denke mal, ich versuche es heute einfach mal im Topf. Weil dafür die Kurkformie anschmeißen finde ich doof. Jetzt ganz ehrlich. Oder? Das ist halt gut, oder? Ja. Obwohl, beim Topf kann es auch verbrennen, gell? In der Kurkformie ist es nicht verbrannt. Nein. Dann mache ich es doch in der Kurkformie. Dann zeige ich es euch mal. Das habe ich von Jana Steinzeit hier auf YouTube. Ich verlinke euch den Kanal dann auch mal unten. Also, es ist kein Rezept von mir. Aber ich mache es halt nach. Und das kann ich euch ja auch zeigen. Ja. Und eventuell mache ich mir heute Abend noch mal Harzer Käseschips. Hab ich die euch schon gezeigt? Hast du doch noch? Ja, aber... Ja, zieh raus. Frische sind auch nicht verkehrt. So. Eventuell zeige ich euch nämlich auch noch, wie ich die gemacht habe. Ich suche, falls jemand von euch eine Idee hat, wie ich da dran komme. Thai Sweet Chili gehört. Ich liebe diesen Geschmack von Thai Sweet Chili. Also, man findet so viel und... Aber ich komme nicht an dieses Gewürz ran, wie sie zum Beispiel bei manchen Chips drauf haben. Das ist so ein leckeres, äh, leckerer Geschmack, so eine leckere, würzige Mischung. Aber ich kriege es nicht hin. Und deswegen, falls einer von euch eine Idee hat, wie ich an so ein Gewürz rankommen kann, an diese Würzmischung oder wie ich es mir mischen kann, Thai Sweet Chili. Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare oder schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Ähm... Ich bin für Vorschläge offen. So, wir sind jetzt da. Jetzt müssen wir erstmal jagen gehen. Gemüse jagen gehen. Bis gleich. Ich bin für Vorschläge. Fein immer. Ja? Fein immer. Dewi. Sonne. Sonne. Machen Sie jetzt. Ja, das war's. Geh mal runter. Ja, auf, lauf. Komm. Komm, Happy, komm. Da das Wetter heute überhaupt nicht mitspielt und es wirklich ganz schön am Regnen ist, wollen wir heute Morgen spazieren. Heute Mittag mache ich jetzt ein Bauchworkout mit Purlife, mit Manuel. Ich bin mal gespannt. Es gibt Morgenmuskelkater. Ja, und los geht's. Ich muss aber gestehen, dass mir eigentlich vollrumsitzen eher liegt. Vor allem bei dem Wetter. Aber ich habe ein Ziel und das möchte ich irgendwann erreichen. Also muss ich auch was dafür tun, oder? Also Manuel, der schafft mich immer. Also das Training, das ist so, wow. Bei mir brennen die ganzen Bauchmuskeln. Ich mache hier extra Bauchtraining, weil ich habe echt Probleme mit meinem Bauch. Der will nicht so schrumpfen, wie ich es will. Also wird er jetzt gezielt angegangen. So, ja, Bauchtraining ist erstmal fertig. Und jetzt habe ich vor, noch einen Mileswalk zu machen. Da habe ich noch Zeit. Ich denke, ich habe noch Zeit, ja. Ich muss nämlich auch noch Mittagessen machen. Heute Mittag mache ich mir einfach nur Porridge. Da habe ich mal wieder Lust drauf, Porridge mit Obst. Aber vorher wird jetzt noch ein bisschen gelaufen. Ja, das ist so mein Ersatztraining jetzt, wenn wir mit Dachs nicht spazieren gehen. Normal gehen wir mit Dachs momentan fünf Kilometer. Und das ist eigentlich ein gutes Training, weil das geht ja auch hoch und runter bei uns. Ja, und wenn ich das nicht kann, muss ich mir halt einen Ersatz suchen, weil durch das Sitzen bei der Arbeit, ja, muss ich einen Ausgleich finden. So, jetzt geht es erstmal weiter. Guckt euch diese motivierten Frauen an, ob ich eine davon werde. Hahaha, Quatsch. Also, jetzt mache ich noch einen Two-Miles-Walk mit Leslie-Sensen und ja, dann reicht es aber für heute. Ja, und so sehe ich aus, wenn ich alles geschafft habe. Bauchtraining und Two-Miles-Walk mit Übungen und fertig für heute. So, hier seht ihr die Zutaten, die man jetzt für die goldene Milch verwenden kann. Ich habe jetzt auch Kardamom hier liegen, aber ich glaube, den tue ich diesmal nicht rein. Pfeffer, Kurkuma, Ingwer und Zimt. Das sind jetzt meine trockenen Zutaten, die reinkommen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich habe jetzt den Beutel Kurkuma drin. Das sind 80 Gramm, also 75 sollten es sein. 80 habe ich jetzt drin. Es ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr ist oder weniger. Es kommt ja auch immer darauf an, wie es jetzt verpackt ist. Hier, die Beutel sind jetzt 80 Gramm. Jetzt kommt noch ein Viertel Teelöffel schwarzer Pfeffer dazu. Dann zwei Teelöffel von dem Zimt. Ich nehme immer Ceylon-Zimt, weil der gesünder sein soll. Davon kommen zwei Teelöffel rein. Ja, und hier habe ich jetzt noch einen Teelöffel Ingwer, den ich dazu gebe. Und jetzt gebe ich noch ein ganz bisschen, ich habe es mir anders überlegt, Kardamom mit rein. So ein Viertel Teelöffel tue ich jetzt auch noch mit rein. So, ich werde jetzt über die manuelle Einstellung auf das klassische Garen gehen und braten. So, die Gewürze, die werden jetzt gebraten und währenddessen rühre ich die natürlich auch mit dem Kochlöffel um. Ich habe immer den Holzkochlöffel dann, damit die Beschichtung von meiner Kupfer nicht kaputt geht. Ist ja klar. Ja. So, während die Gewürze am Braten sind, muss ich immer schön weiter umrühren, damit auch nichts anbrennt. Und gleich gebe ich nach und nach 450 Milliliter Wasser dazu. Das zeige ich euch dann aber auch. Ich gebe hier jetzt das Wasser nach und nach dazu und muss auch rühren, damit auch die Paste sich hier bilden kann. Ich mache das jetzt erstmal fertig und dann zeige ich es euch. Hier könnt ihr schon sehen, dass die Paste dickflüssig wird. Da kommt jetzt gleich noch Kokosöl dazu und dann ist die Kurkuma-Paste auch schon fertig. Ich habe jetzt das Kokosöl dazu getan und das Kokosöl werde ich jetzt hier unterrühren und dann werde ich vom Braten auf warm halten gehen. Dann lasse ich das alles noch ein bisschen durchziehen und dann ist die Kurkuma-Paste auch schon fertig und kann umgefüllt werden. So, hier machen wir okay. Ja, ich will den Braten stoppen. Ich gehe auf stoppen und gehe dann noch auf warm halten. So sieht die Paste jetzt aus und kann gleich in die Gläser gefüllt werden und davon trinkt man dann einen Teelöffel mit ein bisschen Honig in einer schönen heißen Tasse Milch. Ja, das soll helfen. Es soll entzündungswirkend sein. Es soll, also Kurkuma soll ganz, ganz viele gesunde Eigenschaften haben. Ihr könnt ja gerne mal gucken. Ich werde euch auch einen Link unten in die Infobox setzen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch mal ausprobieren. Natürlich könnt ihr das auch im Topf machen. Nur nehmt dann bitte einen gut beschichteten Topf und vor allem muss der Topf dunkel sein. Bei einem weißen Topf kann passieren, dass der sich verfärbt. Kurkuma hat eine sehr stärkende färbende Wirkung, eine sehr starke färbende Wirkung und das kriegt man auch so schnell nicht raus. Ja, ich wurde letztens schon auf einen leichten Versprecher von mir hingewiesen. Da habe ich anstatt Tat, Tarte gesagt. Aber bei mir, manchmal rede ich halt schneller, als mein Kopf denkt. Ist halt so. Bin halt ich. Ihr kennt mich. Den Rest werde ich jetzt auch noch rauskratzen. Habe jetzt die Warmhaltefunktion beendet und werde die Kurkuma-Paste jetzt ausschalten, da die Kurkuma-Paste fertig ist. Kleine Gläser mit großer Wirkung. Kurkuma-Paste im Glas, da kommt gleich noch ein Deckel drauf und ab damit in den Kühlschrank.